Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere WU-Woche mit mir und Bolias Hallöchen. Ja, moin sie zusammen. Was hat dich an diesem schönen Freitag bisher am meisten erregt? Mein Mettfrühstück. Es ist völlig egal, wie ich die Frage formuliere, es ist immer das Mettfrühstück. Ja, deswegen stehe ich doch freitags auf. So, jeder braucht seinen Grund, um aufzustehen. Früher war es ein Feindbild, um gegen das zu arbeiten. Heute ist es Mett. Geil. Mett. Du hattest ja letztens im Stream eine Diskussion zu dem Unterschied zwischen Mett und Hack oder so, ne? Irgendwie das eine ist... Ich habe keine Ahnung. Das eine ist irgendwie gewürzt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, da gibt es ein paar feine Unterschiede, aber mir ist das relativ egal. So. Ich paume mir das aufs Brot und würze es halt selber. Wir sind nämlich nicht die Experten, sondern die Genießer. So ist es nämlich. Das ist ganz wichtig. Freunde, wir haben heute eigentlich nur ein zentrales Thema. Auch wenn man sich natürlich wieder so zwei bis zwanzig Raid-Stimmen immer aus dem Ärmel schütteln kann. Und das ist der neue Raid, denn wir waren gestern drin. Ganz chillig, ganz gemütlich. Neue Leute einspielen. Zu einem selber finden. Und ja, nur mal erstmal reingucken. Die letzten beiden stehen jetzt noch. Die haben wir zeitbedingt tatsächlich nicht geschafft. Obwohl, ja, was heißt obwohl? Ne, sah kacke aus eigentlich. Hat noch nicht so viel funktioniert. Ja, aber nicht so viel kacke beim Vorletzten. Das stimmt. Der letzte Try war gar nicht so schlecht. Aber das kommt jetzt mit der Zeit. Eben. Mal alle Fähigkeiten einmal sehen. Genau. So war unser erster Run. Erstmal einspielen und koordinieren und Bosse erklären, Fragen stellen. Wir machen es ja dann immer so, dass wir uns nicht gleich reinstürzen. Ja, wir hatten eine zweite Raid-Gruppe laufen. Beste Grüße gehen raus an die Organisation. Die teilweise gleich auf waren, wenn nicht sogar schneller. Weil die eben recht schnell einfach durch Normel geprügelt sind. Und wir besprechen dann ja vorher immer ins Müh genau, sag ich mal. Oder so genau wie es geht für die ersten Trice. Auch was man bei Hero dann machen könnte. Wir versuchen dann gleich die beste Aufstellung zu finden und so weiter und so fort. Ja. Deswegen ist das ja auch wichtig. Also wenn ich mir jetzt das angucke. Okay, wir können, wir haben es fast outgegiert. Viele waren bei uns, also ich glaube es war die, die Mehrzahl hatte über 380er Gear angelegt sogar. Und da kann man schon Fähigkeiten einfach überspielen oder auch manche Phasen einfach outgearen. Ja. Das will ich ja nicht. Ich weiß ja, dass wir noch eine Stufe höher gehen wollen. Und wenn ich jetzt schon die Phasen nicht verstehe oder die einzelnen Attacken nicht verstehe, wie soll ich es dann erst in HC, wenn da noch mehr dazu kommt? Also dann nehme ich mir lieber Zeit in Normal, um das alles vernünftig einmal durchzuspielen. Genau. Und darum erklärst du das immer sehr schön mit deinen feinsten handgeschriebenen Zettelchen. Zettel! Und darum dauert es ja bei uns teilweise ein bisschen länger. Das war sehr schön bei der Sturmwahlblockade, bei dem vorletzten Boss, wo die Erklärung kam. Und alle sind schon auf ihre Schiffchen und haben geangelt so. Und du standest da in deiner Hirschform und hast wunderbar erklärt, während alle ihre komischen Turänen Ahle da rausgezogen haben für irgendwelches Fischöl. Das war so ein Magic Rape Moment. Ja, ich will eigentlich gar nicht jeden Boss durchgehen. Ich fand aber, es war auf jeden Fall sowohl ein visuelles als auch ein gameplaytechnisches Fest wieder. Ich hatte mega viel Spaß dabei. Und ich weiß gar nicht, hast du schon einen Lieblingsboss? Also ich muss gerade alles erstmal überlegen, so eine grobe Ordnung. Also erstmal die Lieblingsbosse, wo ich am meisten mit Damage gemacht habe. Das waren die Loa und Rastakhan. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, als ich danach da drauf geguckt habe. Ja. Und ansonsten, spielerisch fand ich halt interessant auch, oh Gott, Namen. Mechadrill. Moment. Nee, sogar gar nicht. Oha. Ich fand es mit der Opulenz ziemlich cool. Ah, ja, dieser Gold. Was vielleicht noch nicht so krass rüberkam mit den ganzen Fähigkeiten und sowas. Ich glaube, in HC werden wir da ziemlich, ziemlich viele Probleme kriegen. Ja. Aber mit den Phasen, mit den Steinen zum Schluss, wie man die nutzen sollte und so weiter und so fort. Ich glaube, das kommt dann erst in HC wirklich zum Vorschein. Und da bin ich echt gespannt. Der hat mir auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, definitiv. Und wie du richtig gesagt hast, man konnte halt wirklich sehen, wie Mechaniken komplett verkackt wurden. Aber es durch ein bisschen Gier und weil es halt wirklich normal ist, einfach outgegeart oder outscaled oder wie auch immer. einfach überlebt wurde. So, es gab ja bei der Opulenz vorher die Mechanik, dass man die Gruppe splittet und jeder geht mit jeweils einem Golem quasi so ein Rundell rum. Und einer der Goleme auf unserer Seite, der andere glaube ich nicht nur unserer, hat die Fähigkeit, er hebt einen Arm und schreit dann politische Parolen. Und haut den dann auf den Boden so. Und auf der Seite, wo das ist, kommt eben eine halbe Raum aufgeteilte, ich habe kein Wort dafür. Der halbe Raum wird dann halt mit einer Void bedeckt in diesem Moment, so ein Schlag. Und es sind kontinuierlich alle falsch rumgerannt, so. Quasi jedes Mal hat irgendwer, wenn nicht alle sogar, komplett diesen Angriff in die Fresse bekommen. Weil nebenbei ist der Raum noch gespickt mit Fallen, mit irgendwelchen Feuerstrahlen, irgendwelchen Gift-Voids und was für ihn nicht alles. Also das konnte man echt beobachten, dass da vieles auch einfach noch überhaupt nicht lief. Und einfach, weil wir vorher natürlich Raid-Gear hatten, M-Plus-Laufen, Vorbereitung und sonst was, konnten wir da einiges auch mitnehmen. Genau, deswegen erzähle ich es auch erstmal vorher nochmal, damit die Leute wenigstens schon mal gehört haben. In den Guides, die sie sich angeguckt haben, haben sie es hoffentlich auch schon mal gesehen. Nein, spätestens in HC werden wir das definitiv merken, dass es da schmerzhaft werden kann. Eben. Ich fand auch krass bei den Jade-Feuermeistern, wo wirklich die Erklärung gefühlt länger war als der Bosskampf, weil das ja wirklich zwei Bosse waren. Wo nicht einer nur so rumstand und der hat ein Schild und der heilt oder ruft ein Ed, sondern die hatten beide ein komplettes Programm zu fahren. Ja. Was es auf Normal auch noch nicht so durchkam, so da kannst du auch als Tank-Mann-Stack mehr nehmen. Da kannst du ihn auch mal, ja, falsch drehen oder so. Das fällt gar nicht so weiter auf. Richtig. Aber da war ja auch Ende der Erklärung, dann wurde erstmal gefragt, ob die jetzt den ganzen Raid schon erklärt haben. Ja, weil so fucking viel war in der Masse von Fähigkeiten. Zum Beispiel in Normal, also gestern, es gibt eine Fähigkeit bei den beiden, dass der Monk, wenn der Magier weniger Leben hat als der Monk, dann hat der oder macht er mehr Damage. Also der Monk an sich macht dann mehr Damage. Ja. In NAC ist uns das gestern gar nicht aufgefallen. Wir haben auch den Mage als erstes getötet. Ja, stimmt. Ich denke, das wird auch nochmal schön zu sehen sein dann in HC, wo es dann dran hapern wird. Und zusätzlich, dass wir das noch organisieren, kommen ja noch mehrere Fähigkeiten dazu. Und nicht nur, dass wir viele Fähigkeiten haben, diese Fähigkeiten können auch überlappend vorkommen. Ja. Und so weiter und so fort. Also da, es war gut, dass wir viel Gier hatten. Mhm. Nichtsdestotrotz wird es in HC uns wahrscheinlich öfters mal das Genick brechen. Das wird wirklich krass. Vor allem sind es ja auch wirklich eklige Mechaniken so. Also wenn wir uns vorstellen, dass der Monk eigentlich immer weniger Leben haben sollte als der Mage. So. Aber der Monk fliegt regelmäßig mit dem Tank in die Luft und ist dann nicht angreifbar so. Ja. Da wird der DH mit seiner Meta oder der Pally mit Rings bestimmt nicht zu dem Monk hochgucken, sondern mal schön saftig auf das andere Ziel wechseln. Und das wird problematisch dann. Ja, für mich dann. Ja, nicht nur für dich, dann, wenn du liegst, liegen wir alle. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch Fähigkeiten, die zum Beispiel bei den beiden, jetzt bei diesem Bossfight, gibt es eine Magma-Fläche, die der Magier legt. In HC aber erst. Mhm. So, diese Magma-Fläche ist erstmal an sich kein Problem, kannst du rauslaufen, fertig. Zusätzlich hat ja der Monk aber eine Fähigkeit, die hat er auch schon in HC, dieser Jade-Wirbel. Er springt irgendwo auf irgendeinem Punkt hin auf diesem Plateau und dreht sich die ganze Zeit. Mhm. Um diesen Schaden wegzubekommen oder diese Fähigkeit wegzubekommen, musst du einen Melee-Hit setzen. Oh, schön. So, wenn er aber zufälligerweise in diese Magma-Welle sich reinstellt und du da hinlaufen musst, okay, musst du Bubble zünden oder irgendwie so irgendwas, keine Ahnung, Immunität ziehen und den anderen anhitten oder so weiter und so fort, wenn es klappt, dann ja, dann passt das. Aber da musst du auch schnell reagieren erstmal, ne? Ja, krass. Und sowas ist halt gestern nicht großartig vorgekommen. Die Fähigkeiten haben sich teilweise überlappt, nicht nur bei dem Fight, auch bei den Loa zum Beispiel. Mhm. Aber wir konnten halt diese Fähigkeiten, die haben uns nicht gejuckt. Richtig. Und deswegen konnten wir es halt schnell, schnell die Bosse legen. Trotzdem werden wir in HC da mehr drauf achten müssen, auf jede einzelne Fähigkeit wahrscheinlich. Und deswegen ist es schon mal gut, dass wir, ich sag mal, das wenigstens schon mal gehört haben. Ich hab da auch noch schönes Beispiel bei einem Affenboss für, wo wir ja Tanks ja, ich sag mal, einen Soft-Modus von Ursock haben. Ursock war ja damals von der Mechanik her was völlig Weltfremdes aus Tanksicht, wie oft man da spotten musste, auf die Stacks achten musste. So, und der Gute macht das jetzt noch ein bisschen anders. Der hat eigentlich keinen großen, festen Ablauf, sondern er hat eine Fähigkeit, bei der du darauf achten musstest. Und das andere ist eine Blutung, so fuck it, letztendlich. Da hatten wir teilweise Phasen, wo der nicht die wichtige Fähigkeit gemacht hat, sondern diese Blutung. So, und dann hatte ich drei Blutungs-Stacks und es ist nichts passiert, ja. Und es ist wirklich so unspektakulär gewesen, dass Harbrat, unserem zweiten Tank, am Ende des Fights auffiel, wo dann diese Fähigkeit doch mal kam und ich nur zwei statt drei Blutungen hatte, wie den ganzen Fight über, dass er meinte, oh, du hast ja zwei Stacks, ich nehm ihn mal. So, das war so unspektakulärer Schaden und so eine eigentlich nichtige Fähigkeit in Normal, dass ihm 90% des Fights sich aufgefallen ist, dass ich drei Blutungen davon hatte. Und dann am Ende hat er mal, oh, du hast zwei, ich nehm mal. Das fand ich auch schön. Ja, das meine ich halt, man hat es nicht, äh, gemerkt. Genau. Und, äh, man ist da schön durchgerusht und, äh, ja, ein bisschen Panik habe ich dann doch schon in HC, wenn, äh, ja, wenn wir da, ähm, Damage-technisch nicht, äh, am Anfang halt nicht auf dem Level sind, das wir benötigen müssen. Äh, wir gehen jetzt mal von dem Gear-Stand aus, wir sind alle zwar über 8, äh, 3,80 jetzt ein bisschen, so 3,81, 3,82, was droppt in NHC 3,85. Ja. In HC droppt aber wiederum schon 400er Gear, das sind nochmal, ich sag mal, insgesamt 20 Item-Level höher. Ja. Und, äh, den Damage müssen wir ja auch erstmal machen, um die Bosse, äh, down zu hauen. Und, äh, die viele Bosse haben auch Fähigkeiten, die erst ab 30% zum Beispiel kommen. Stimmt. Beim ersten Boss gibt's eine Fähigkeit, da bufft er sich um 30% mehr Heilig-Schaden. Geil. Das ist uns nicht aufgefallen, weil, äh, einfach, äh, den runtergekloppt, fertig. Ja. Schön, nächster Boss. Oder, wo war der Boss? Oder, wann kommt der Boss, ne? Solche Aussagen kamen dann. Genauso. Die sind gefährlich dann auch, wenn wir uns dann HC immer weiter nähern und wir sind ja schon kurz vor HC, würde ich mal so sagen, ne? Ja. Wobei, viele auch schon 410er Gear gezogen haben. Wenn ich, ich hab gar nichts bekommen, ich hab Schuhe gebonus-rolled, die fünf Stufen besser waren. Ja. Danke für dich. Wir haben ja welche, die 415er, äh, Junge, Schmuck und so ne Scheiße gekriegt haben. Ja, das Glück ist halt, äh, auch mal da. Ich hab auch einen, äh, Umhang, 93 mit Sockel gekriegt. Nice. Naja. Ich krieg immer erst Zapiro-Loot irgendwie seit Legion. Das ist, ich mein, das ist geil, dann hinten raus so, dann hab ich wieder die Acerid-Dinger zuerst fertig. Aber am Anfang kotzt die an schon an, sogar. Nichts zu vieles. Echt kacke. Das versteh ich. Das versteh ich. Dennis hat ja auch, oder, äh, Gute-Damn-Nice, ähm, hat auch gestern, glaub ich, nichts bekommen, was er gebrauchen könnte. Ja. Wiederum, ne? Und das ist halt dann auch nervig. Aber nichtdestotrotz, äh, man kriegt da ja 385 und der gute Mann hat, glaub ich, selber schon 385 angelegt, ähm, dass man da nicht mehr viele Plätze hat, die, ähm, nötig sind, um zu verbessern auf 385. Standard, ohne jetzt Titanforge oder sowas. Standard. Ähm, rein, rein, Mann. Äh, äh. Ist halt mathematisch schon gesehen ein Problem, oder dass du keine große Prozent oder Chance hast, da irgendwas zu bekommen, ne? Würdest du quasi sagen, ist alles Mathematik? Ja, ja. Sehr gut, dachte ich mir. Was wir aber trotzdem hatten, und eigentlich ein krasses Gegenbeispiel ist zu dem, was wir, äh, davor erzählt haben mit diesen Tankstacks, mit diesen Mechaniken teilweise, naja, ignorieren oder halt einfach nicht besser wissen, weil erstes Mal sehen, ist eigentlich, dass wir den guten Takeo eingespannt haben, unseren, äh, vergälter Perli, ein unserer Vergelter Perlis mittlerweile, der tatsächlich für einige Sportmechaniken zur Verfügung stehen muss. Sowohl bei Rastakhan als auch bei den Loa, ich glaub sogar noch ein drittes Mal, ich bin mir grad nicht sicher. Es war öfter, ja, ich glaube, ich glaube, drei, äh, einen Kopf hab ich leider nicht. Um eben so ein bisschen, naja, Mechaniken eben sauberer spielen zu können, ja, dass die Ideen da mitwirken. Und ich fand wirklich, dass das Mechaniken sind, die ja nicht nur neuartig waren, so wie was wir jetzt hatten, ich mein, wir hatten bekanntes Abspotten, Gestecke, hin- und herlaufen, vom Boss entfernen, und so weiter und so fort. Wir hatten aber auch teilweise neue Kombinationen, vor allem in der Richtung, dass eben alle vom Raid gefordert sind, ja, sei es zum Beispiel gezwungenermaßen bei der Opulenz mit diesen Juwelen, die ja zum Raid-Erfolg beitragen, sei es um den Ads herzuwerden, um die Gruppe zu toppen, zu verstärken, was auch immer, oder sei es eben bei Rastakhan, wo ein DD dann spotten muss, um einen heftigen Debuff abzufangen, der einfach mal den körperlichen Schaden um 500% erhöht und so ein Kram. Und das fand ich in der Hinsicht, in dem Ausmaß, gerade auf Normal, fand ich schon enorm. Also egal, wie die vorherigen Raids waren und wie die Gameplay-technisch schön oder auch nicht so schön designt waren, manche Bosse, fand ich, dass wir es hier nahezu überall hatten, ja, sei es, dass wirklich jeder mit auf den Ads switchen muss, dass das nicht zählt wird oder eine feste Range-Gruppe macht, sei es eben dieses Gespotte und so weiter mit den Kristallen, das fand ich schon, ich sag mal, besser, ja, dass jeder irgendwie am Start sein musste. Es war jetzt wahrscheinlich auch, äh, schön anzusehen, es war jetzt wahrscheinlich auch, auch, ähm, schön, äh, dass jeder gefordert wird und so weiter, das ist halt, aber das auch nur, weil die auch viele Fähigkeiten jetzt im Moment haben, die ganzen Bosse. Ja. Ähm, das ist ja, ich sag mal so, wenn du einen Boss-Fall hast, der hat vier Fähigkeiten und, äh, der haut den halben Raid mit einer Fähigkeit halt kaputt, ist halt was anderes, als wenn ich, ich muss jetzt, äh, zwei Sachen gleichzeitig machen, ich muss hier spotten, muss einen Cooler und ziehen, muss aber gleichzeitig auch Damage auf die Ads machen, weil die nicht an meinen Kameraden rankommen sollen und hast du nicht gesehen, den noch stun und hier und sagen, da gibt's Probleme und ich glaube, ähm, jetzt war's doch schön anzusehen. Ich glaube, wir werden echt diese Gestaltung der Bosse, wie es jetzt ist, äh, Probleme bekommen in den höheren Schwierigkeitsgraden. Ich denke jetzt auch da mal mit, mit, wie bei Kill Jaden zum Beispiel. Ja. Äh, waren ja auch viele Fähigkeiten und dann dieses Random, äh, mit den Voids auf dem Boden und so weiter, wo man sich reinstellen musste. Äh, da hatten wir echt Probleme und da, bei diesen ganzen Fights, wo jetzt die, ich sag mal, mehrere Gegner, äh, dort sind und jeder hat verschiedenste Fähigkeiten, die sich noch überlappen und so weiter, so randomhaft, äh, was da so random auf einen wirkt teilweise, ähm, wird uns bei jedem Boss jetzt, äh, kommen wie damals bei Kill Jaden. Richtig. Ja. Da sehe ich auf jeden Fall auch dolles Verkack-Potenzial. Ich bin aber auch schon gespannt, ob uns nicht jetzt die Blockade und oder Jaina dann noch das Genick ein bisschen brechen auf Normal. Ich hoffe nicht, aber das Potenzial ist vom Design her eben einfach da, eben weil so viel überlappen kann, weil so viel Random kommen kann und weil die Bosse halt wirklich, ähm, ja nicht überwiegend, wie nenne ich das denn, wirklich in einem großen Rahmen mit Fähigkeiten gesegnet sind, ja. Ja. Da ist eben nicht nur Tank und Spank, da kommt ein Add fertig, nein, du musst die verschiedensten Sachen kombinieren. Bei der Blockade kriegen die Tanks ja zum Beispiel einen Debuff, der bei dem Add dispelled werden muss, weil der Debuff verringert stackend die Bewegungsgeschwindigkeit und macht auch Schaden auf den Tank. Wenn er dispelled wird, springt er aber auf nahe Ziele in so einem ähnlichen Effekt über. Ja, das heißt, da musst du nicht nur abspotten, also einen Tankwechsel koordinieren, sondern auch Dispallen und Positioning. Also das ist so, wenn was ist, dann ist es die komplette Keule. Ja. Entweder für eine kleine Gruppe oder für alle, aber es ist wirklich immer, gehen wir zum Mecca-Dreh einfach mal über, hier sprechen wir über die Schaf-Phase zum Beispiel, da gibt es eine Phase, da ist der Boss einfach in der Luft, alle spielen weiter, normal die anderen Mechaniken und er wirft Schafe ab. So, klar, Gnom-Ingenieur Schaf, das Ding explodiert und zwar wie bei Odin in der Prüfung, nicht in Käsebällchen, wie ich erhofft habe, sondern in Flammsäulen explodieren diese Schafe und in so einer Sternform fliegen dann Flammenwirbel durch den Raid. So, als wäre das nicht genug, weil du natürlich Moven musst, koordinieren, nebenbei laufen noch Bots rum, die AOE-Voids um sich rum projizieren und so weiter, werden Spieler geschrumpft. So, die sind dann nicht nur kleiner und langsamer, sondern, wenn jemand drüber läuft, dann kriegen die massiven Schaden, also wirklich massiven Schaden. So, das heißt, du bist am Wirbel-Dodgen, musst nebenbei auf die Roboter aufpassen, dann musst du als Tenk noch schauen, wo kommt der Boss, wann kommt der Boss wieder. Dann gibt es noch so Bomben, wo du dich außerhalb der Sichtlinie des Raids positionieren musst, damit kein Raid-Schaden droppt und du musst auf den Boden gucken, so wie wenn du irgendwie auf so einem, weiß ich nicht, Treffen für kleine Hunde bist, weißt du, so die Fußhupen, wenn da so, oh lala, zack, oh, da habe ich schon wieder drei erwischt. Ja. So, dann musst du, das ist viel. Wir hatten ja die Phase, also wir hatten es so, dass wir die Phase so gut gespielt, die erste Phase so gut gespielt hatten, dass wir kleine, keine Roboter mehr rumlaufen hatten. Genau. Wir haben vernünftig die Ansagen gemacht, die Leute haben die Roboter kaputt gemacht und zusätzlich kam trotzdem immer noch der Weltenvergrößerer, wo die Leute klein gemacht wurden und wir hatten halt, glaube ich, sechs, sieben Leute, die klein waren und keine Roboter, wo sie reingehen konnten, weil die Zwischenfälle, diese Phase halt kam, wo halt diese Roboter nicht auftauchen, sondern nur diese Schafe und dann, das war richtig krank und in HC, in HC ist es ja so, dass du, wenn du dich in einen Roboter reinsetzt, nicht mehr alle anderen dein, das aufploppt, deine Farbe sehen und dir das hier helfen können, sind ja nur noch die drei, die in dem Roboter sind. Ich bin jetzt im einen und ich sehe bei den anderen beiden, was sie für Marx oder welche Farbe die haben und kein anderer außer die beiden kann mir sagen, welche Farbe ich habe. Heftig. So, das heißt, es muss jeder, jeder muss es drauf haben, das vernünftig anzusagen und ich bin heute schon auch mit dem guten Demnice ein bisschen was durchgegangen. Ich habe ihm auch gesagt so, Digga, wenn du das hast, dann musst du das wie bei dem Tank sagen, dass du im Roboter bist. Nicht, dass wir anfangen, dir wieder die Farben zu sagen, sondern wir müssen dann echt wirklich die, die Zeichen dann auch noch sagen, zusätzlich, ne? So, was weiß ich, Schraubendreher, Wirbel, Gedöns oder irgendwie, keine Ahnung was, so wie das ungefähr aussehen könnte. Penis. So, das muss dann auch noch mal wieder drin haben, weil es, ne, ich habe ja auch eine leichte Grünschwäche, das sehe ich nur, also ich sehe die Farben, das sieht man manchmal nur bei Mischfarben, ist es halt ein bisschen heller für mich. Ja, oder gerade an Ampeln hier, ist immer grün, Junge. Ja, immer grün, einfach rüber. Das ist halt ein Problem, womit wir halt dann klarkommen müssen und deswegen habe ich ihm auch gesagt, du musst das ansagen, damit die Leute Bescheid wissen, dir das vernünftig anzugeben. Ja. Weil in NAC hast du den Roboter nicht geschafft, ist scheißegal, kommt kein großer Damage rüber, aber in HC wird es uns das Genick brechen bei so einer Situation. Ja, dann kriegt er noch so einen Codenamen irgendwie, Farbenblinder Gecko oder so und das schreit dann einfach, die wissen alle Bescheid. Jo. Jo. Das steht schon mal. Ja, also wer die Mechanik vielleicht gar nicht kannte und noch nicht drin war, es ist tatsächlich so, dass Mechadrill quasi Bots beschwört, die immer rumlaufen, so eine kleine AOE-Fläche um sich rum in regelmäßigen Abständen kanalisieren und diese Bots sind CC-bar, von Wurzeln über Sticken bis sonst was, aber nicht tötbar. Außer, Leute kriegen diesen Weltenvergrößerer ab, nennt sich das Ding ja, hohe gnomische Ingenieurskunst, Grüße an Elbmacht an dieser Stelle und da werden die Leute kleiner und springen dann in diese Bots rein und was sind dann da quasi rum, so ein klassisches Comic-Szenario, keine Ahnung, ne, die Transformer greifen an, jo, kein Ding, machen wir von innen kaputt die Schweine, ja. Und tatsächlich ist es so, dass man eine feste Button-Sequenz von drei Knöpfen drücken muss. Man hat viele verschiedene, das regelt sich über Farben und Formen, aber wenn man in diesem Bot drin ist, dann sehen alle die Sequenz über dem Bot, die man drücken muss, nur man selber nicht. So, das heißt, Kommunikation muss halt sein. Ja, oder auch nicht, dann hast du am Ende des Fight-Zeits als 700 so eine Bots rumrennen und der Raid kriegt ständig in diesen Flächen damit. Aber das an sich fand ich schon so ein cooles neues Element, weil es sich auf einer, naja, auf einer anderen Pflichtebene quasi, außer, ich spotte jetzt ab, okay, also so, den Standard, den du aber mittlerweile über DBM und so auch sehen kannst, ja, so, der Tank hat drei Stacks, spotte jetzt ab, da kommt eine Void, lauf weg und so ein Kram, ist das, finde ich, ein ganz neues Element, was davon gar nicht erfasst werden kann. Und das fand ich so cool, neben dem, was ich eben schon mit dem ganzen Movement und Positioning und so erzählt habe, fand ich das eben wirklich, ich würde sagen, neu. Ich glaube, so hatten wir das noch gar nicht mit der Kommunikation. nee. Ich finde, ich finde es ist ja auch, ja, von der, nee, von der Kommunikation her, hast du recht, dieses Ansagen und dann in HC wird es ja dann noch dramatischer, weil es, du musst dich halt auf die drei, oder die zwei anderen halt verlassen. Ja. Dann hast du nicht noch mal irgendjemand, nein, 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 du musst die Farbe oder die Farbe, kann dir keiner mehr helfen, weil du es einfach nicht mehr sehen wirst. Ja. Aber ich finde auch, die ganzen Mechaniken oder diese kleinen Minispiele, die bei den Bossen halt kommen, diese, diese, in den kleinen Roboter rein, das ist ja so eine Art kleines Minispiel. Ja. Bei den Monks, der Tank, der hochgekickt wird und sich die, die Schläge abblocken muss, in die richtige Richtung gucken und so weiter und so fort, obwohl ja auch da auch die DDs dann in der letzten Phase hochkommen werden, finde ich sehr, sehr nice. Ja. Ich finde das richtig geil. Sowas könnte es immer mal geben, so zwischendurch, weiß ich nicht. Ja, vor allem, weil es nicht Hardcore ist, aber man muss halt entweder kommunikativ aktiv sein oder wirklich wach sein. Ja, du musst dabei sein, so. Also, gerade die Tankfähigkeit, vielleicht kennen Sie auch eine nicht, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wo der Monk bei dem Jadefeuerkampf sich eben kurz aus dem Kampf begibt mit einem Ziel, in der Regel beziehungsweise prozentual gebunden ist das eben der Tank und der wird dann nach oben geschlotert und ist in so einer Monk-Sphäre drin. So, das ist eine große, wo man drin steht und viele kleine drumherum. Und auf diesen kleinen drumherum spawnen eben drei Abbilder, dieses klassische CD hier, Geziehe vom Monk, Sturm, Erde, Feuer und die chargen auf einen zu und man muss sich quasi in die Richtung drehen, um die zu parieren, ansonsten Raid Damage. Danach wird man runterkatapultiert, kriegt einen Debuff und muss eben auch noch einen Tankwechsel durchführen mit den beiden Bossen und das ist, das ist schon heftig. Das ist schon, gerade weil das auch ein Boss ist, wo du außerhalb des Wechsels eben durchaus in so ein bisschen klassische, ne, hier mal Mark zerfetzt, hier mal Todesstoß und so, in so eine Tanklethargie verfällst, sag ich mal, macht dich das sofort wach und du musst auch vorher natürlich, wach sein, weil ansonsten bist du, oh ja, zu spät. Das finde ich geil. Das ist, es geht ja auch sofort los, wenn du da oben bist. da musst du sofort gucken, die spawnen und dann musst du schauen, dass ich echt auch zügig drehst. Es ist nicht so, da kommt eins und fliegt so langsam auf dich zu, zack, drehst zum nächsten, ah, du musst schon gucken, wo kommt der nächste hingedreht, zack, es geht ruck, zuck und das ist, ich finde es cool. Also ich habe, drehen wir das Ganze mal um, ich habe bis jetzt kein Szenario oder kein Boss, was ich wirklich hasse, Koffenboss, zu den Jadefeuermeistern, abgesehen von der Skalierung von Pferde-Trash-Mobs, die mich glaube ich dreimal getötet haben, endlos nervig, Jaina teleportiert sich in eure Gruppe, wirkt Frostnova, schreit dann sowas wie, ja, ihr kommt niemals weiter, ich werde euch alle töten, Frostnova für drei Sekunden, okay bitch, lol, und Frost-Elementare, Blizzard, es ist endlos nervig, ich hoffe die Allis haben da so, die gehen da auch durch, das ist dann ihr Wechsel bestimmt, hoffe ich, das war einfach ätzend, also der Trash war bisher sowas von beschissen, muss ich sagen, nicht suhlbeschissen, dass es einfach viel ist und dass es zu endlosen Fehlpuls kommen kann, sondern, diese Pferdemobs gehen mir ja bei Weltquest schon auf den Sack, die kommen an, bringen 20 mit, dann casteln die ansturmen, wenn dann mehrere gepult hast, casteln die das in unterschiedlichen Intervallen, dann bist du dauer gestunt, dann stehen die woanders und genau das sind sie da auch, also Pferde, liebe Allianzler, ich gönne euch noch 20 verschiedene Modelle und Fellfarben als Mounds, aber in Raids lass sie auf den Schiffen oder gleich zu Hause, sind ja keine Seepferde, das, nee, oh, das fand ich grausam, ansonsten, aber auch in den Dungeons sind sie ja auch räudig, ne, Boralus oder sowas, ja, Boralus, oh, nee, oder fucking Freihafen, da geben die dir einfach einen Magic Debuff, der deine Heilung, ich glaube, um 80% oder mehr verringert, da stehe ich als DK da in höheren Stufen, am besten mit verstärkt und bin einfach am Arsch, da kann ich hoffen, dass sie jetzt meine 30% Parierchance mal anspringen oder so und dann stehst du da und hast einen Heiler, der keinen Magic entfernen kann und hast 80% weniger Heal. GG. Geil. Fucking GG, total geil. Nee, aber ich habe bis jetzt nichts zu meckern, also Rassakan war halt teilweise echt Hardcore, aber mir macht das Spaß, wenn so ganz viele Bällchen und Voids rumfliegen und man muss noch von dem Boss weg, sowohl von der Technikernik, genau, wo so viel rumfliegt und dann noch zieht der Leute ran in so einem Sog und wenn du dann wirklich nicht wegrennst und ihn berührst, dann bist du einfach ein One-Hit. Das hat einfach erst mal sechs unserer Millis zerlegt, als das kam, weil alle Tunnelblick, Boss down bringen, was ist das jetzt hier, Sog des Todes oder wie es heißt, oh, ich bleibe mal stehen, zack, sechs Millis down. Das war krass. Schön weggefetzt. Ja, Problem ist aber auch, was ich jetzt auch gemerkt habe, ähm, also Big Wigs und DBM, um jetzt mal zwei zu nennen, ich weiß nicht, ob es noch, ich glaube, es gibt noch ein anderes, ähm, daten auch die ganze Zeit ab, ne? Ja. Da kommt jetzt nach und nach immer ein bisschen wieder was rein, äh, ich wollte mich halt auch, äh, im Raid eigentlich erst mal auf Normal auch ein paar Ansagen machen, mir das angewöhnen, wieder nach Ewigkeiten mal, ähm, wieder im Raid, was, hier die Ansagen, äh, zu tätigen und so weiter und so fort, den Blick wieder dafür finden. Ja. Ähm, da wurde mir teilweise gar nichts angezeigt, ne? Ah. Und, äh, war an sich ja auch, kein Problem jetzt im Normal, ähm, wenn ich nicht sagen kann, in zehn Sekunden kommt das, in zehn Sekunden kommt das und so weiter und so fort, ähm, hat mich aber persönlich auch ziemlich genervt, dann nach einer gewissen Zeit, äh, wo ich dann nur was ansagen konnte, wenn, ähm, der das gecastet hat, so zum Beispiel wie der Weltenstrump, äh, Weltenvergrößerer bei Mechadrill. Mhm, ja. Hat mir nie vorher Bescheid gegeben, sonst hätte ich natürlich gesagt, so Leute, positioniert euch oder geht schon mal dahin und blagedöns, äh, wurde mir halt nicht angezeigt, ne? Ja. Und ich konnte halt den, meiner, meiner Gruppe halt nicht, äh, irgendwas Informatives mitteilen dazu, ne? Das ist halt dann echt schon nervig gewesen. Aber das wird ja nächste Woche dann wahrscheinlich sich auch ändern. Bestimmt. Easy, jetzt ja alles eingespielt, ne? Auch so, Grundfehler. Und das ist auch so, so zu diesen, ich sag mal, neuen Mechaniken oder wieder neuen, so lange her, dass vielleicht auch einfach wieder neu erscheint. Bei Rassacan auch eine Mechanik, die ich am Anfang dreimal verkackt habe, bis du gesagt hast, Digga, du interpretierst die Fähigkeit, glaube ich, falsch, ähm, wo der einen Flammenstrahl auf den Tank kanalisiert und, ähm, du musst weg und zwar vom Boss, um den Raidschan zu verringern. Ich hab den so getankt und gestellt, schön weit weg vom Raid und stand dann halt bei dem dran. Hab noch versucht, mich so, weil unsere Heiler teilweise, um mich natürlich auch zu erwischen, ein bisschen näher dran standen, bin ich dann so einen Meter noch weggegangen, hab mich so in die Ecke gestellt, dachte, super, passt, ne? Und dann hast du auch mal gesagt, Digga, du musst weg von dem Boss, nicht vom Raid. Ach so, ja, du, das kann auch sein. Das kann auch sein. Nee, so was finde ich, ist ja der erste Raid auch Tar. Eben. Tar da. Dafür ist es Tar einfach alles. Tar. Tar, Tar. Tar, Tar, Tar. Tar da, foi, foi. Und das finde ich toll. Also, das ist für mich eine hohe Kunst, wenn Fehler machen auch Spaß machen kann. Das ist schön und auch ein mega Lerneffekt natürlich, ne? Man verkackt definitiv nicht zweimal. So sollte es ja auch sein, ne? So sollte es ja auch sein bei allen Sachen, ne? Machst mal einen Fehler, ist ja kein Problem. Wird kurz angesprochen, wird drauf eingegangen, wie es besser gemacht werden könnte und danach läuft doch der. Eben. Easy game. Und ich fand auch, und das muss ich auch sagen, dass alle Leute, die neu dabei waren, wir hatten ja auch teilweise Leute dabei, die noch nie geradet haben. Richtig. Wir hatten ja am Anfang noch einige Platzprobleme mit Gear und sonst was noch auffüllen. Wir sind ja vorher, oder du vor allem, ich weniger, Lull, noch M plus gerannt und so, um den Leuten noch ein bisschen Gear zu verschaffen, um das natürlich auch hinten raus dann leichter für uns letztendlich zu haben. Für uns alle. und nur für uns Lull. Und das lief echt überwiegend, was ich gesehen habe, soweit top, ja. Also Mr. Moore zum Beispiel kam mit seinem Vergelt damit, hat irgendwie vier Monate WoW-Pause gehabt, hat ein Trinket angelegt von MOP, was ihn Timewalk-bedingt zur zeitlosen Insel portet und an Münzen abzugeben und war salopp erst mal gefühlt in vielen Fights Erster. Ja, also. Das war krass, Alter. Ja, guter Mann auf jeden Fall. Also auch da überhaupt keine Probleme, haben alle, ne, alles gegeben, Junge im virtuellen Kampf um das Leben. Das fand ich auch spitzenmäßig, das war irgendwie teilweise schon fast so ein Selbstläufer, so gute Nami hatte ja noch nicht so viel Gear gehabt und so weiter und so fort für den Raid. Ja. Und ja, ich bin, ich hab dann glaube ich angefangen, aber dann wurde es irgendwie zum Selbstläufer, dann kam der Unlucky, der gute Damn Nice hat dann auch noch geholfen, einfach Unterstützung gegeben, um an Gear reinzukommen, ein bisschen einspielen auch. Parler, hier ist ja jetzt nicht so die einfachste Klasse im Raid, an sich ganz besonders, wenn du zwei hast, ein bisschen Unterstützung zu geben, das fand ich spitzenmäßig dann, ne? So, was, du bist neu? Ja, komm mal her, was kannst du? Zeig mal her. Ach so, alles klar. Hier, das und das und das kannst du noch verbessern, das brauchst du noch. Komm, wir gehen noch raiden und bla, gedönst und hier und da. Mega. So soll es sein. So finde ich das genauso richtig. Du bist neu, komm mal her, was kannst du? Ah, das und das. Ciao. Ciao. Auch das gibt es. Lull. Ja, ich will mir vor allem, ich fange anders an. Es waren halt gestern natürlich auch erstmal alle gut aufgepumpt so. Ja, also es war ja wieder so eine Festivität. Ich habe ja mein eigenes Wort teilweise gar nicht verstanden. Es haben sich von 20 Leuten 30 untereinander unterhalten gefühlt miteinander und es war ein riesiges Aufgebausche und da das erste Mal drin zu sein und dann neben all die Mechaniken, die wir eben besprochen haben, die auch für uns neu sind, das alles in die Fresse zu bekommen und dabei noch eine gute Figur zu machen, das ist nicht einfach, glaube ich. Also ich würde das nicht wollen. Klar kommen. Ja, eben. Ich würde das persönlich gar nicht wollen. Das ist schon, ah, ja, das ist schön. Ne, war einfach gut. Von oben bis unten alles soweit gelaufen. Gut, wir hätten jetzt auch von mir aus klären können, kein Problem, aber dazu ist die Idee ja auch da. Ja. Um sich das alles anzugucken, davon abzusehen. Haben wir es jemals geschafft, an einem Tag beim ersten Mal mit Raid-Erklärungen und so weiter und so fort den Raid zu klären in Normal? Ich glaube nicht. Ne. Nö. Wir haben zwar immer die erste Idee benötigt, auf jeden Fall, aber dann aber am zweiten Tag haben wir dann den letzten Boss gemacht oder so. Ja. Und das ist alles vollkommen okay. Ja, wir haben ja den Anspruch auch gar nicht. Nö. Also wenn es jetzt irgendwo heißen würde, so, erster Raid-Tag, alle Random-Gruppen machen das clear, dann wäre ich vielleicht ein bisschen angespannt. Aber, ist ja gar nicht so. Das ist ja gar nicht der Fall. Will ich sehen, die Random-Gruppe ohne Discord-Teamsweek, die Mecha-Drill legt. Die möchte ich sehen. Keine? Komisch. Ja, du musst halt mal gucken, wie, ich finde es halt gut, dass der Lerneffekt da war, dass wir es durchgegangen sind, alles besprochen haben, auch im Fight, die Leute auf einmal angefangen haben, nee, du musst jetzt blau drücken und so bla gedönsen, hast du nicht gesehen, auch Unterstützung, war da, das heißt, der Lerneffekt, ich fand das viel, viel geiler, dass der Lerneffekt dabei war, allein schon, weil wir den Ansporn haben, HC zu clearn, also in dem Zeitraum, wo wir noch die Hellen-Tag bekommen, das ist ja das Ziel. Genau. Und, ja, und ich finde es halt geil, dass es bis, von Legion an, bis jetzt immer geklappt hat, mal sehen, wie es mit dem Raid wird, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall drin sein wird. hat man eben nicht nur gemerkt, dass es besser wurde, logischerweise, wenn wir mal gewiped sind, was dann jetzt Richtung die letzten Bosse, die wir gespielt haben, ja teilweise unvermeidlich war, weil man halt nicht genau wusste, was auf einen zukommt und so weiter und einteilungsmäßig, sondern es wurde auch wirklich viel probiert, ja, in Sachen, jetzt sportet mal, der Lede mit Bubble, nimmt den Buff ab, jetzt drehen wir den mal woanders hin, jetzt stellen wir uns so auf und so weiter. Und das, weiß ich nicht, das macht so ein Anfangs-Rate für mich mal aus, auch so ein bisschen gesundes Chaos und ausprobieren. Ja, genau. Du weißt, ich habe einfach nichts zu meckern. Ja, auch der gute Ben, zum Beispiel bei Rasterkarten, jetzt lass doch mal das ausprobieren, nimm mal doch mal mein Portal, wenn das passiert und diese Fähigkeit und dann mussten, musste die Hälfte des Raids ja in diese Phase von Womsandi rein und ich teste jetzt mal hier mit KR, ob das hier funktioniert und so weiter und so fort und so fort mit Trommeln, bam und so weiter und so fort, dann sind sie hochgekommen, dann hat die zweite Gruppe nochmal ein KR gekriegt, die oben war, ja, super und dann haben wir es auch geschafft, in dieser Testphase, sage ich jetzt nochmal. Es war, ja, aber Rasterkarten in einem der doofsten Tris eigentlich, also es waren jetzt auch nur drei, glaube ich, es waren drei, vier, drei Tris, ja. Drei, ja. So, und das war der Beschissenste, weil wir haben uns aufgestellt, man muss sich vorstellen, wir bekämpfen quasi, bevor diese Zwischenphase losgeht, bekämpfen wir Womsandi und Rasterkarten gleichzeitig, weit voneinander getrennt, weil Womsandi so eine Aura um sich hat, die einen seconden Debuff macht und so weiter und so fort, ähm, macht auch den Tankwechsel teilweise nicht einfach und dadurch, dass, äh, weiß ich nicht, Harbrats Spott auf CD war oder so, war der Tankwechsel nicht noch einfacher und plötzlich stand dann Womsandi nicht da, wo er stehen sollte, wo dann die Gruppe, die mit ihm runter geht, wenn er das castet, ähm, hingehen sollte, sondern mitten im Raid, so, das heißt, das war quasi das Dümmste, was im Dümmsten aller Zeitpunkte hätte passieren können, so, und trotzdem, da dann nicht, logischerweise, weil alle betroffen waren und er die, die am nächsten an ihm ran stehen, mit in diese Phase nimmt, ähm, war das dann völlig durcheinander gewirbelt, ja, und alle, die jetzt darauf eingestellt waren, oben zu bleiben, war plötzlich ein Teil unten und umgekehrt und trotzdem, wurde sich einfach zusammengerissen, konzentriert, okay, läuft weiter und der lag in diesem Trial und das finde ich auch klasse, weil das zeugt auch davon, dass jeder Bock hatte, jeder dabei war und okay, fuck it, hat jetzt nicht funktioniert, wir leben noch weiter, so, und das finde ich auch geil und das hat man eben bei jedem Fight gemerkt und das ist einfach, weiß ich nicht, macht Spaß. Ja, auf jeden Fall, kannst du so, ich weiß, ja, äh, auch als Raidleaders zu sehen dann, ne, wenn die Leute sich mit einbringen, irgendwas geht schief und dann, äh, dann sagt, äh, schmeißt man nicht die Flinte ins Korn und sagt, so, was ist jetzt passiert auf Schitte, äh, das muss ich jetzt machen, weil ich weiß, was passiert eigentlich, was, was muss ich hier machen, alles klar, bam, Attacke, loslegen. Genauso wollte ich das ja auch haben, dass die Leute wissen, was in dem Fight passiert, weil es kommt halt immer dazu, dass man mal diese Situation hat oder diese Situation, siehe auch die Fähigkeit von dem Monk halt, äh, in dem Fight mit den, ähm, Meistern da, wie heißt die eigentlich wirklich? äh, Jadefeuerer, Meister. Ja, genau, äh, da werden ab der 100%-Energiephase auch die DDs hochgeschossen und sollen die Fähigkeiten, äh, oder diese, dieses Spiel machen, was der Tank normalerweise die ganze Zeit gemacht hat. Ja. Deswegen habe ich auch gleich vorher gesagt, Leute, lacht den Tank nicht aus oder, äh, spottet über ihn, wenn er es nicht hinkriegt, ihr müsst das auch machen. So. Und deswegen muss sich jeder mal, ähm, auch die Fähigkeiten des anderen mal angucken. Ja. So wie diese, diese Spottmechanik. Ich muss den wegspotten, damit er mich anhittet, damit der, die Stacks auslaufen, äh, vom Tank halt. Ja, genau. Da muss ich mal kurz tanken. Ich muss wissen, was der, was die Person jetzt gerade gleich auf, äh, äh, an Fähigkeiten nutzt, die dem Tank normalerweise Damage gemacht haben. Und jetzt kriege ich die ab auf einmal. Und so weiter und so fort. Genau. Mega gut. Ja. Feierig auch sehr. Hast du trotzdem bisher schon so rein aus DDSicht, nicht mal mechanikenmäßig, sondern einfach, naja, von dem, was sich jetzt, äh, betrifft, obwohl es vielleicht was Schönes Neues ist, ein Hassboss schon oder irgendeine Hassmechanik, auch mit Hinblick auf Hero vielleicht? Oh. Weil ich nicht. Ganz ehrlich. Also Hassboss, vielleicht, ja. Der Hassboss für mich als Raidlead war Mechadrill bisher. Okay. Mit Ansagen, Koordination mit den, mit den, äh, Robotern, die markieren, sich konzentrieren, die Ansagen, gut, die haben ja meistens auch eigentlich die anderen teilweise übernommen, die Ansagen fallen für mich ja in HC zum Beispiel weg, aber, ähm, naja, Ansagen zu machen, hier, du CC ist den, du CC ist den, du bleibst auf den. Zusätzlich kommen noch mehr Fähigkeiten, die, die ich ansagen muss für den Raid und so weiter und so fort. Äh, schon schlimm. Ja. Und, äh, was mir halt als CD Spaß gemacht hat, waren die Loa, aber als Raidlead machen mir die gar keinen Spaß. Das glaube ich. Ähm. Das war ja auch chaotisch. Ja, Parku kommt, der stellt sich natürlich, der, der, ich dachte erst, der steht in der Mitte. Ja. So, alle zur Mitte. Nee, es soll nur angezeigt werden, dass der jetzt gleich kommt. Genau, der fliegt los dann, ja. Und dann fliegt er los. So, und ich wollte schon hinrennen. Ich so, scheiße, wo ist er jetzt? Was? Ja. So, dann stellt er sich irgendwo hin. Dann kommen die Raptoren, die einen fokussieren. Dann haben wir noch die Bosse und so weiter und so fort mit den Ansagen. Also ansagentechnisch ist das schon üff teilweise, auch bei den Jadefeuer Meistern. Ja, glaube ich. Also ansagetechnisch Stressig. sind viele schlimm. Ja. Aber Spaß, vom Spaßfaktor her auf jeden Fall die Loa als Idee. Opulenz auch. Allein schon, weil da acht Ads kommen, die ihr als Tanks mit Massengrab hier die ganze Zeit in der Mitte halten konntet. Ja. Mega geil. Alles drauf römmeln, was geht. als Dulu. Mega geil. Schön. Und halt Rasterkahn auch, weil immer, immer zwei bis drei Ads immer da sind. Ja gut, das läuft auf jeden Fall. Jaina, kann ich noch nichts zu sagen. Ja, machen wir nächste Woche. Hoffentlich. Hoffentlich nächste Woche. Auf jeden. Ja, ich habe, wenn, wie eben angeschnitten, eigentlich nur den Affen, weil ich habe noch ein bisschen Albträume auch von der Ursockmechanik. Das hat ja auch Viro wirklich, bis wir das drauf hatten, da haben ja eigentlich schon gesagt, wollt ihr euch erst mal alleine üben, so, damit wollen wir nicht jedes Mal mitsterben, wo ich so dachte, nein, pickt euch, wir können das, ich kann das, ja, wo man erst mal reinkommen musste. Das Schlimme ist, es sind ja an sich nur zwei Fähigkeiten. Ja. Aber, dass man dieses halt wirklich nicht, wie du es ja schon sagtest, planen kann, was jetzt kommt. Die eine Attacke kommt, okay, ich weiß, was jetzt auf mich zukommt. Diese eine Attacke. Was kommt als nächstes? Kommt die Attacke nochmal? Kommt eine andere? Und so weiter. Man weiß halt nicht, worauf man sich einstellen muss. Und da muss der nächste, der andere Tank halt schnell reagieren. Genau. Du musst nicht nur gucken, dass du selber auch, weil es dauert dann auch Viro ja auch eine Weile, bis der dann mal liegt, dass du selber auch wach bist, neben Positioning und sonst was gucken. Sondern es sind ja auch zwei. Da muss man wirklich sich nicht nur die ganze Zeit verlassen können, sondern auch selber ganze Zeit wachsam bleiben. Und nicht mal aus Versehen Missklick auf den Spott oder so. Dann wipes du halt den ganzen Raid einfach. Dann war es so vorbei. Ja, da bin ich gespannt. Aber, da Ursock dann lag, und Ursock war schon ein ziemliches Arschloch, auch abgesehen von der Tankmechanik, war das ein richtiger Pissboss. Das habe ich noch mitgetankt, ne? Habe ich da mitgetankt? Nee. Nee, da warst du Hunter. Doch. Hä? Ich habe doch, ich habe zur Nachtfestung doch gewechselt, beziehungsweise Helia. Echt? Nein. Ja, bei Helia war ich auf jeden Fall, äh, äh, Hunter. Du hast Albtraum getankt? Ja, ich habe mittendrin gewechselt. Ja, aber dann vor Ursock Hiro bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mit Hamrad verkackt habe. Nee, 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 das haben wir beide verkackt. Ich muss da noch, ich gucke gleich mal. Wir gucken mal, ja, das wird ja alles festgehalten. Ich glaube, ich glaube, das war, das war zur Nachtfestung, genau, bei, bei Gul'dan, stand ich da als, ähm, MM noch, bis sie den MM gewechselt haben, ja, und ich die BM gewechselt habe, dann noch zusätzlich. Es ist halt auch echt schon ein bisschen her, ne? Ja. Zeit rennt, Freunde. Unsere Zeit ist auch gerannt hier heute wieder, Junge, nur, nur das Alor Talk. Fertig? Ja, 53 Minuten hier, Alter. Alter. Du, das gibt's die Mord, das ohne spezielle Bosse, wobei ich glaube, wir hatten trotzdem alle, obwohl ich eigentlich gesagt habe, wir gingen gar nicht spezifisch auf die Bosse ein, haben wir irgendeinen vergessen? Äh, wenn war der so unspektakulär? Ich hab hier doch meine Zettel-Lage. Guten Zettel, ja. So, Mechadrill hatten wir, Sturmweinblockade hatten wir, wir haben Rassakan sind wir durchgegangen, wir haben die Konklave, die sind die Loa, die Opulenz hatten wir, äh, König Gronkh hatten wir, war? Kronkh. Kronkh, Kronkh. Hallo. Champion des Lichts, den ersten Boss hatten wir auch. Und ja, der Feuermeister, nö, wir hatten alle. Schön. Und Jaina können wir noch nicht viel zu sagen. Ja, ehrlich. Ja, der Raid hier wieder, nur Beschäftigung für eine Woche, Alter, WoW ist tot, lol. Lol. Kachspiel. Abschlusswort, Freunde. Ja, dann bedanken wir uns, wie immer, fürs Zuhören. Schreibt gerne eure ersten Raid-Wochen-Gilden-Erfahrungen, vielleicht, seid ihr auch direkt in Müssig rein, ihr geht ja gar nicht, ne? Ne, erst ab Mittwoch. Vielleicht, seid doch krasse Hacker und seid direkt in Müssig rein, keine Ahnung, schreibt uns gerne eure Erfahrungen, Erwartungen, Tipps, und sonstige Sachen. Wir freuen uns über Feedback, jegliche Art, auch auf Castbox, by the way, eure Podcast-Lieblings-App, wo ihr uns aufhören könnt. Und ja, geil. Und ja, das war's soweit von uns. Wir bedanken uns und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Woche, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein, schoos, tschüss. Schoos.